Was ist wegen der Corona-Bedingungen? Wegen der Corona-Bedingungen ist Denta Prime, glaube ich, vorneweg. Hier ist ein Sicherheitsstandard, was Mundschutz, Haarschutz, also Desinfektion betrifft. Es ist alles wirklich sehr sauber. Und ich glaube, der sicherste Ort ist Denta Prime. Das Vertrauen wird hier gleich mit einer offenen Art gewonnen. Also es sind alle wirklich nett und freundlich, ob man am Flughafen ankommt, im Hotel ankommt, direkt bei Denta Prime. Also es ist wirklich eine überaus freundliche Atmosphäre. Ich habe hier überhaupt nichts zu beanständen. Es ist wirklich traumhaft hier. Man braucht keine Angst haben, weil die wissen hier alle, was sie tun. Vielen Dank. Vielen Dank.